Es war nicht nur meine Idee, sondern auch vom ganzen Mannschaftsrat. Wir haben uns überlegt, was wir jetzt in dieser Zeit machen können. Wir haben mitbekommen, dass die Treue und Solidarität der Fans immer noch extrem hoch ist. Alle vermissen den Fussball, nicht nur wir, sondern auch die Fans. Jetzt haben wir diese Aktion ins Leben gerufen, damit wir eine etwas nähe zu den Fans wahren können. Sie können natürlich mit dem nötigen Abstand besuchen. Wie versprochen, können wir die bestellten Sachen vom Fanshop persönlich heiliefern. Zu unseren treuen, lieben Fans. Hey, come with! Let's go! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Cool! Hallo! Geht's dir wohl? Leute sehen, die unterstützen uns. Das macht uns Spaß und für alle. Und wie du gesagt hast vorher, für Solidarität ist es auch gut. Nicht nur, wenn es gut läuft, aber auch wenn wir in schwierigen Situationen ein bisschen Freunde bringen. Das ist super. Hey, cool! Ja, super! Hallo, hoi! So cool! Ich freue mich mega. Ich habe noch nie die Spieler so nah getroffen, ausser mal an einem Testspiel. Und ich finde es mega cool, dass ihr das macht und den Fans so eine Freude machen. Und ich hoffe natürlich, dass auch das ein oder andere Kind dabei wird sein, wo wir da ein Lachen ins Gesicht zaubern können. Mal den Alltag vom ganzen Homeschooling, vielleicht auch noch die schwierigen Zeiten, mal die Vergessenheit geraten lassen können. Ja, weil normalerweise die Fans singen und singen für uns und machen alles für uns. Heute wollten wir in dieser Situation etwas zurückgeben. Es hat wirklich Spass gemacht, die Reaktion von den Fans, von den Kindern, von allen. Also, ich glaube. Ich glaube, ich bin ganz gut. Ich glaube, ich hoffe, ich bin ganz gut. Und ich hoffe, ich habe einen Moment. Bis zum nächsten Mal.